Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu den Bot-Challenges. Ja, ich hab letztes Mal gegen Amaterasu auf die Fresse bekommen. Yay. Und dabei lief es eigentlich gar nicht so schlecht. Einen Großteil des Spiels lang. Aber ja, so ist das Leben halt. Wenn ich Krieger bekomme. Ne, ich hab die letzten drei Spiele glaube ich Krieger bekommen. Ich hoffe ich bekomme jetzt mal nicht einen Krieger. Aber ja, wir spielen jetzt diesmal, ihr seht, gegen fünfmal Anhor, was fünfmal lästiger wird als fünfmal Amaterasu. Ich mein, Amaterasu war schon lästig, aber das sind fünf Jäger, die sowas von Strukturenstreddern werden. Und das ist Anhor. Der hat auch nochmal, der hat quasi zweimal Henker. Wahrscheinlich in seinem Bild und in seiner passiven. Und er hat eine nervige Ult. Also, ich glaube echt nicht, dass wir das schaffen können. Es sei denn, wir bekommen halt mal irgendjemanden, der richtig so aufräumen kann. So ein Anubis oder Poseidon oder sowas. Aber wie ich mein Glück kenne, bekomme ich jetzt Kebri oder so. Also, wir werden ja mal sehen, was das jetzt wird. Oh, nein! 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 Warum? Ich möchte bitte eine Schweigeminute einlegen. Oder sowas. Das ist unmöglich. Okay. Vorteil. Ich habe meine Passive. Ich glaube, die werden nicht auf mich einhauen in meiner Passive. Okay, Lebensraub. Äh, Bankroß? Bankroß. Was machen wir denn jetzt? Äh. Das Musik-Theme ist back. Wenn wir übrigens... Ich glaube, meine drei... Ich weiß gar nicht, ob meine drei überhaupt Level. Ganz ehrlich. Äh. So. Irgendwie wird das schon gehen, ne? Guck mal, Kana. Warum nicht? Oh Gott, ich habe einen Grundergriff daneben gehauen. Weil ich zu weit zurückgegangen bin. Oh nein, die anderen sind schon da. Oh, der Klee ist so super. Nein. Oh mein Gott. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Hör auf da... Hört auf damit. Oh mein Gott. Ist das leer? Oh mein Gott, ist das leer? Ich habe jemanden getötet? Wie überhaupt? What the... Oh mein Gott. Okay, ich habe meine passive ist der Vorteil. Noch. Mein Turm ist gleich weg. Äh. Nein. Ich dachte, das... Das zählt nicht, ne? Nur wenn ich ihn einschläfe. Ich habe ihm halt keinen Schaden zu... Ach, nö. Lasst mich doch mal... Okay, dann lasst mich wenigstens backen. Wenn ich denn sonst nichts bekomme. Ich habe wenigstens ein Stimmpaket. Das ist ein Trost. Mit dem Stimmpaket werde ich 10% besser. Glaube ich. Okay. Oh mein Gott. Lass das, Mann. Ist das nervig. Guck mal, keine OP. Mein Gott. Der Tower ist nach 2 Minuten schon fast kaputt. Oh mein Gott. Lass mich. Okay, danke, Bogenschützen. Wahrscheinlich wird es laufen wie immer. Das Early ist okay und danach läuft es gar nichts mehr. Ich wollte nur die Welle klären. So. Danke. Lass mich in Ruhe. Nein. 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 Hör auf damit. Oh Mann, du Arschloch. Oh Gott. Mein Spiel... Spiel... Okay. Oh mein Gott. Er ist verrückt. Meine Güte. Ich weiß noch nicht, was ich... Hallo. Spiel. Okay. Jetzt will ich doch mal gucken. Okay. Ich hoffe... Ich hoffe, das bleibt jetzt okay. Ja. Aber ich... Was soll ich da machen? Oh mein Gott. Der Tor ist weg. Ich kann dich verteidigen. Die haben halt jetzt Ult bekommen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal mehr die Kills bekommen. Hört auf damit. Meine Fresse. Klapp halt. Oh. Okay. Nein. Lass mich leben. Lass mich leben. Bitte. Oh mein Gott. Ich hab keine Reichweite. Oh mein Gott. Ich brauch irgendwas, was ein bisschen... Was soll ich nehmen? Ich baustab die Sexes auf oder so. Ich weiß es nicht. Ich baustab mich zurück. Okay. Oh mein Gott. Oh mein. Jetzt wollte ich grad mal nach vorne gehen und sofort in all die Schwere da. Nein. Nein. Ich bin tot. Es ist unmöglich. Jetzt bin ich einmal gestorben und das Spiel ist vorbei. Die, die. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, was... Ob irgendwas anderes besser wäre. Aber ich komm damit nicht zurecht. Gott. Ja. Klappe. Ja. Ja. Wenigstens etwas. Toll. Wirklich toll. Ich weiß nicht... Ätherischer Stab? Ich brauche Leben irgendwie Und die haben alle Ult Ja Geil Oh mein Gott Ich kriege nicht mehr den Kill Oh doch, ich kriege ihn Zu irgendeinem Grund Es ist vorbei, ich kann nichts machen Oh mein Gott Hat der auch Ult? Ne, der hat keinen Ult Los, stirb Oh nein Nicht mehr das Nein, mit jetzt Nein, mit jetzt Entschuldigung Na, ach, jetzt ist es vorbei Was soll ich denn da tun? Nein Ich kann nichts tun Geil Das ist wirklich super Oh, und jetzt sagt man Spür auch nochmal ab Okay Okay So Ähm, ich zeige euch nochmal hier die Ähm Ja, die Spieldaten von dem Sieben Minuten lang Spiel Und ich würde sagen, dann machen wir einen Cut Und es geht dann weiter Bis gleich Wir sehen uns dann Okay Ähm, ja So, ich hab also es wieder eingestellt Ich möchte jetzt bitte einfach nur irgendwas haben Mit dem ich auch nur eine geringe Chance habe Dieses Match irgendwie ansatzweise ausgeglichen zu gestalten Ich trau mich nicht hinzusehen Ich trau mich echt nicht hinzusehen Oh, okay Das ist nicht schlecht Das ist Tatsächlich Nicht schlecht Okay Ich hoffe nur, mein PC leckt nicht so blöd rum Das ist mein einziges Mankung gerade ein bisschen Also wenn es einmal ein bisschen spinnt Ehrlich gesagt Mach ich mal das Ladekabel raus Weil das macht momentan eigentlich mehr Ärger Als dass es nützt Ich hab schon ein bisschen Ehrgeiz Das mit Tobi wenigstens zu schaffen Aber Es wird immer noch schwer Aegis oder Oder Magischöle Ganz ehrlich Magischöle bringt nichts Aegis Obwohl Magischöle bringt vielleicht genauso wenig Ich Endlich Hab ich mal einen Magier bekommen Obwohl ein Jäger wahrscheinlich besser gewesen wäre Ich hab ein Gott, mit dem ich eine Chance habe Ich hab ihn mit dem Ich hab ihn mit dem Vielleicht hätte ich meinen... Nein, ich hätte meinen Dumpen nicht verblenden sollen. Ich bin tot. Okay, dummer anfangen. Okay. Okay. Okay, ich wollte mich gerade nach ihm umsehen, da der Ordnungsdurm ist schon erledigt. Ich bin so langsam wegen all den scheiß Fahlen. Okay, ein Judgment ist nah. Haut ab. Geht einfach weg. Sie haben das synchron gesagt. Oh, Feet. Ehrlich gesagt, ich sollte einfach die Welle klären. Ja, Welle klären. Ich habe Tof eigentlich schon lange nicht mehr gespielt. Insgesamt, weil er lange Zeit eigentlich, meiner Meinung nach, nicht so gut war. Aber es ist wieder besser geworden. Und sie springen alle und werfen alle ihre Speere. Nee, noch nicht. Was ist mit dem denn, ey? Der ist total verpackt. Oh, ich wollte gerade hinjumpen. Haltet die Klappe! Gott! Ich habe satt, das zu hören. Noch satter ist das von Amaterasu. Hat wenigstens Stil. Okay. Ich brauche Schuhe und ich würde so gerne Ringblade holen. Aber ganz ehrlich, ich brauche schon irgendwie Power. Anderu ist so nervig, Mann. Nein, ich bin so scheiße. Ehrlich. Mann, man möchte auf einen gehen, aber man kann nicht, weil man die ganze Zeit hochgestoßen wird. Your middle tower has been destroyed. Your middle phoenix is under attack. Okay. Okay. Ich würde gerne die Kills kriegen, aber irgendwie kriegt der Ordnungsturm alle Kills. Was soll ich holen? Your day of judgment is nigh. Ich glaube, Bruch der Toten. Ich brauche Bruch der Toten. Ich bin so gierig, Gras. Ich bin so gierig, Gras. Ganz ehrlich. Das ist der Play. Nein, da kommt schon wieder der Nächste. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem verlieren werde. So, egal was ich tue. Nervig. Oh, dachte ich, das töte ihn noch nicht. Geil, der macht so viel Straten. Ja, ich hätte hier nicht aggressiv spielen dürfen. Aber manchmal denke ich, ja, ich habe verloren. GG. Your middle phoenix is under attack. Warum? Gib mir doch bitte noch eine Chance. Eine. Okay. Ich möchte nicht immer zweimal sterben und dann, dass das Spiel vorbei ist. Ich renne auch nie wieder in den Gegner rein. Ich spiele einfach mega vorsichtig irgendwie eine Pussy. Oh mein Gott. Danke. Wenn jetzt der Phoenix kaputt ist, bin ich so wütend. Okay, ist nicht am kaputt. Glück gehabt. Ich wäre so angepisst gewesen. Okay. Okay, 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 okay. What? Okay. Ich sächere mich nochmal ab. Stab des Toti. Und vielleicht auch eine Stab des Hexers, was weiß ich. Oh nein, ich habe... Habt ihr das gesehen? Ich habe eigentlich... Oh Gott. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Okay. Es tut mir leid, dass ich ein Lebewesen bin. Nein. Oh nein. Oh nein. Habe ich Glück gehabt, ey. Ich brauche noch ein Lebensitem oder so. Es ist... Oh mein Gott. Das ist so nervig. Ich habe nicht gedacht, dass er sich umdrehen und ulten würde, irgendwie. Warum sind diese Unhop-Bots irgendwie schlauer als andere Bots? Warum ulten die zum Beispiel jetzt nicht? Ich habe nie keine Ul. Okay. Jetzt machen sie es. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Lass mich. Beware of the babababababab. Nein. Lass meinen Phönix. Oh mein Gott. Ich muss meine Welle klären. Alter, habe ich nur einmal diesen Schuss gehabt gerade. Shit. Die müssen nur noch mehr in Reihe eigentlich laufen, damit das besser klappt. Ich brauche Statt des Hexers. Ich brauche es. Ich überlebe sonst nicht. Sonst schaffe ich das auf keinen Fall. Ich will auch mal gewinnen. Ich traue mich, ihn da vorne zu gehen. Ich habe keinen Fall. Oh mein Gott. Hört auf damit. Hört echt auf damit. Das ist unhöflich. Hat euch das mit mir jemand gesagt? Das ist echt unhöflich. Und für nix ist es kaputt. Oh mein Gott. Ich bin so langsam. Was im fuck ultet ihr? Was ultet ihr? Nein, ich bin scheiße. Ich habe so lange zum Ziehen gebraucht. Oh mein Gott. Ich will nicht ulten. Ach, leck mich. Bessere Spieler hätte wahrscheinlich nicht ulten brauchen. Aber, ja. Ich bin kein guter Spieler. Hä? Ich wollte meinen 2 machen. Okay. Egal. Das wird sich jetzt vielleicht noch etwas herauszögern, glaube ich. Die machen wet. Das ist seltsam. Nö. Lass das doch mal. Oh mein Gott. Ist das ein Bombardement. Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Oh, das ist so hart. Toll. Was ist jetzt? Viel mehr als das kann ich nicht aufbauen. Eine tierische Stab wäre eine Möglichkeit, aber... Ganz ehrlich, ich brauche Lebensraub. Ein bisschen wenigstens. Oh mein Gott. Ich werde mich von davon wahrscheinlich nicht erholen können. Zumal... Ihr habt es mit Kummer gesehen. Wie schnell Anhoher sie den fucking Titan schreddern. Was, der hat ihn geholt? Bullshit. Angeteilt. Aber egal, ich habe trotzdem verloren. Weil... Wenn jetzt nochmal ein Anhoher in der Nähe vom Titan stirbt, ist er tot. Und das wird so sein. Plötzlich habe ich es einfach vermasselt. Ach nein. Nein. Aber wenn ich mich hier im Kampf mit denen stelle, sterbe ich auch. Ich habe gehofft, dass sie alle ulten würden. Oh mein Gott. Wie bad. Jetzt ist es GG. GG. Ja. Unmöglich. Ich bin den Mut gegen Schaden Anhoher. Wie man gesehen hat in dem Match. Ja gut, ich hatte mal eine Chance mit einem akzeptatlichen Charakter. Ah Mann. Das ist so schwer. Okay. Bei Anhoher braucht man halt auch nochmal einen Charakter, mit dem man sich entweder richtig gut auskennt oder so. Aber eigentlich habe ich das mit Tof gehabt. Das hat halt trotzdem nicht gereicht. Weil Anhoher einfach viel zu viel Schaden macht. Es wäre schon schwer genug ohne Fünf-Mold. Aber mit diesen verdammten Grundangriffen, die so viel runterhauen und ohne Defense gegen Anho. GG. Der ist nicht umsonst einer der besten Duell-Charaktere. So. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie immer kriege ich in letzter Zeit aus die Schnauze. Der nächste Charakter wird Anubis sein, was nicht viel besser als Anhoher wird. Aber insofern besser, weil er wenigstens nicht irgendwie alle Objectives sofort schroten kann, wie Anhoher. Also, wenn ich nicht wieder so was kriege wie Kumakana, dann... Ja. Könnte es gehen. Okay. Aber ich sage, bis dahin, bye bye und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.